Servus. Am 29. März findet in München die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters statt. Aufgrund der Corona-Epidemie wird zum ersten Mal in der Geschichte diese Wahl eine reine Brieffahl sein. In den nächsten Tagen bekommt ihr deswegen die Brieffahlunterlagen ohne Antrag unaufgefordert zugeschickt. Ich bitte euch, macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Ich werde meine Stimme Dieter Reiter geben. Bereits 2015, als zehntausende Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen mussten und bei uns Schutz gesucht haben, hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er, wenn es darauf ankommt, in der Lage ist, schnell, besonnen, unbürokratisch, aber vor allem auch menschlich zu handeln. Bei ihm ist unsere Stadt in guten Händen. Ich kenne Dieter Reiter persönlich und ich weiß, dass er wie kein anderer für den Zusammenhalt in unserer Stadt steht, der jetzt gerade so wichtig ist. Deshalb bitte ich euch, am 29. März mitzuwählen. Bitte gebt eure Stimme unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter und vor allem bleibt gesund.